Moin zusammen, es ist Wochenende, heißt ein neues Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses Memo-Board mit Tafel, Klemmen und Ablagefach selbst gebaut habe. Das Werkzeug, das ich dazu verwendet habe, verlinke ich euch unten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hinterlasst, einen Kommentar und wenn ihr nicht abonniert seid, ein Abo, damit ihr auch folgende Videos nicht verpasst. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018